In den letzten zwei Jahren, da war ja so viel so Impfgegner gegen Geimpfte und sowas und ich habe immer versucht die Leute zu verstehen. Jeder muss wissen was er macht, ja. Aber ich habe zum Beispiel die Leute gefragt, warum lassen sie sich nicht impfen? Na ich habe das zum Beispiel letztens im Osten gefragt, gut war dumm, aber ich habe, ja, ja, da sind halt Leute, die sagen zu mir so, du ich muss aber ganz genau wissen was in meinen Körper reinkommt, so weißt du, ach was, es gibt eine neue Ein-Euro-Salami im Aldi, num 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 num. Du mein Körper ist ein Tempel.